das Robo-Wars, das kennt auch jedes Schweinchen, das ist ein Robo-Wars-Spiel. Das will jeder haben, jedes Kind, das kann man von Mobile-Way Games, schon wieder von Mobile-Way, ich glaube, bei dir habe ich ein Abo, glaube ich, keine Ahnung. Ja, den Herren Typen kenne ich schon, ich persönlich, aber wir schreiben viel, ist ein netter Mann, ein netter Typ, der ist bisher sehr, sehr. Guck mal, gerade ich das. Mobile-Wars, ja. Na ja, ja, ganz klar. Ja, komm hier, ich baller dir eine. Ich habe geschafft, ich habe einen geballert. Ich gehe sofort weiter. Ich bin aufgeschrieben, ich bin im Hangar. Mhm. Geht es auf Vara? Ja, ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. stimmt mit der bb auch noch für ps4 ich weiß gar nicht wer von den beiden gegend geht heil geschwindigkeit kennen wir alles ja er fährt es hat alle stimmen heilig erklärt ja du bist tot habe ich weiß kein mal ich brauche eine kleine pause das ist das im spiel ja ist da sie ein tolles spiel das ist begeistert ich bin bin und weg Ich denke was ist gar nicht wer ist der erste wer löst den erst der erste gerade so reingeschrieben egal so könnte mal einlösen als die mal gucken dass kein noch geht das war das gar nicht ich kenne mich selber Ich hab'n Pfeife, aber ich hab'n Pfeife. da war schon bespannet level 3 kann man hier noch mal okay zurück zurück habe ich gesagt das ist doch es kann man zu zweit bin ich weiß aber das ist gar nicht doch das doch kacke hallo kutiert ist dieses mal grüßes kacke endlich endlich ja wo der kann was wir schaffen kann man auch hier kaufen wie wird mir ein jetzt hier geht ja gut okay mir geht es gut und ja kann ich sagen kann ich sagen kann ich sagen ich spiele gerade aus der halbe stunde tag spiele wechseln ich habe Aber ich habe den Gego genommen. Da ist er für das Dabas hier! Hallo Nelani! ich habe bleibfüße das okay die mng vorwesern bmg okay gerade erst ein stich jetzt nicht der namen haben wir aber jetzt nicht der spiel bloß um der wohnen ich glaube ich mag dieses spiel ja Spiel mit A, das Spiel heißt einfach A. Spiel mal A. Das Spiel heißt einfach A. A. Hallo, Zero. A. Ich kenne den Knopf A, kenne ich. Oh. Das meine ich auch nochmal. Und dann kommt das Spiel. Das nächste Gedöns. Danke, MovieWay, MovieWay für das Spiel. Heute einfach mal angespielt im Livestream. Ja, wieso hast du das geile Wasser und ich nicht? Das ist doch kacke. Oh, der Gegner ist bisschen... bisschen... Aua. Aua. Einfach versuch' es noch. Der hat mich crazy gemacht. Ja, 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 ja. Ja, dann muss ich mir auf ein bisschen mehr Leveln hier. Ja, du hast uns geile Waffen! Ja, ich muss Waffen aufgerüsten. Ich bin ja schon mit Level 4. Geil. Jetzt geht's. Speed! Move! Hire! Waffen! Wappen! Wappen, 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 wappen. Gannini Tal? Gannini Tal. Ganninini? Gannini? Gannini. Ganninini. Gannini. Ich habe einen Lettburg gekauft. ist eigentlich gar nicht gut ich billig aber ich hatte meinen spaß ist ja muss ja nicht gut sein aber mal spaß sehr gut ist ja aber ich finde ja es muss ja ja ein spaß machen muss ja hauptsache spaß war immer hauptsache ist gefällt ein und ja komm mal hier haben indikator baffet ja auch gar lebe bin ich nicht a lebe ha ist so Du erwartest. Ein nur noch. Ein nur noch. Wuuu. Oh. Aua. Oh. Ja, ich habe einen Schritt gehabt. Das war fies. Okay, machen wir hier das. Machen wir das nächste Spiel, ne? Hehehe.